Es geht echt auf 16.000, heilige Scheiße, ist das geil. Ja und damit herzlich willkommen zu Monopoly gegen Bots mit Jerome, die Aufzeichnung von Twitch. Hallo Jerome. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Ah, jetzt kam er. Ah, jetzt sagt er was. Ich bin in einem Live-Stream. Meines, es kommt zwei miteinander Werbung. Du hast alles, nichts alles. Ah, okay, das ist, wieso ist das im Fenstermodus jetzt? Es sollte nicht im Fenster... Jetzt ist es nicht, okay. Äh, ja. Spiel einladen. Wenn ich auf Pause drücke, kommt Werbung. Ja, schön, ich kriege immer mehr Geld durch dich. Ja, haha. Ist ein bisschen was. So, haben wir schon pausiert. Oh, ich habe eine Einladung bekommen. Ja, von mir, für dich. Kann ich nicht ein Spiele einladen? Kann man Bots hinzufügen? Automatisch glaube ich. Hm. Ah, nee, weiß ich gar nicht. Naja, wenn nicht, sind wir halt eben nur zu zweit. Eigentlich müsste man... Ha. Obi-Rots Connect. Ich habe jetzt einen Typ offen, also von daher solltest du reinkommen können. So, instant. Ja, na dann. Äh, Spiel starten. Nein, 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 nein. Okay. Äh. Hahaha. Nicht so. Okay, Spieler stellen. Spielen sie nur mit ihren Freunden. Spielen sie mit Spielern auf der ganzen Welt. Ja. Ich konnte nur das machen. Äh. Ja, man kann keine Bots hinzufügen. Ah. Okay, dann lade ich die nochmal ein. Echt, echt doof. Wolltest du keine Katze sein? Kannst du nicht bei Lea irgendwie was machen? Ne. Leider absolut nichts. Sollte eigentlich funktionieren. Spiele einladen, Figur wählen. Nö. Gegeneinander ist doch langweilig, oder? Ah. Ich kann höchstens noch jemanden einladen, aber ich habe ja keinen mehr. Wenn ich ready mache, dann ist es auch nicht. Ach komm, einfach mal testen. Einfach testen. Das berühmte Spiel um den großen Deal. Monopoly Plus. Schön, dass das Spiel gerade bei minus 1 quasi gescheitert hat. Das ist nicht bei 0. Alter, habe ich mich gerade erschrocken durch meinen scheiß Controller, der auf einmal vibriert hat. Wie Sau. Heilige Scheiße. Oh, ne 9. Krieg das mal hin. Der Simulator. Oh, da bin ich gut drin. Pass auf. Da eine 6. Ja, gut gemacht. Ja, super. Danke. Bitte, bitte. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, Monopoly zu spielen, als diesen. Spielen die in den nächsten Jahren? Drück überspringen. Nö. Hallo, wenn schon alles. Ist der Inter-Simulator? Ich weiß. Ach, erst mal Grundstücke. Wer aber schon welche hat, ne? Okay. Äh, um an, ich wollte eine Füße. Nachmacher. Wieso? Hab die zuerst gewürfelt jetzt? Ich hab, ich hab zuerst eine 6 gewürfelt. Definitiv kaufen. Definitiv. Äh. Okay. Ich drück jetzt entfernen für bankrott, okay? Los, würfel Sie. Na dann. Komm, ne 6. Ich würfel noch. Ja, ich weiß, aber stärker als das wird's nicht. Ähm. Das Glück ist die neue, der schön Pasch, aber gleich Schmiede zahlen. Ja, mit 666 Glück. Ja, damit. Oh, und 6 gezahlt. Oh. Zu viele Sechsen. Oh, und du hast 1.406. So viel, ja sag ich ja, so viele Sechsen. Viel Glück. Viel Glück. Möchtest du dann, Gero. Achso, ich hab nochmal dran, weil ich hab krass gehört hab. Eine 7. Äh, jetzt kommst du. Ah. Das Feld. Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie es kaufen? Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie es kaufen? Jetzt, wo du's sagst, äh, nee. Aber man kann eh nur höchstens Auktion machen, das von daher. Was sind die Züge eigentlich so am twerken, ey? Ja, wenn du würfelst, bist du bei mir auch total am rum. Nee, die Züge muss man nächste Runde dann sehen. Achso, ja, stimmt. Sorry. Das ist bei mir selbst, fahr die ganz normal. Nee, die Animation von den Waggons, wie die Waggons sich bewegen. Nee, das ist bei mir ganz normal. Rechts, rechts, links, rechts, links, links. Bei mir, wenn ich deine Würfel sehe, das sieht sehr seltsam aus. Möchten Sie dieses Grundstück kaufen? Ja, ja, enter. Das ging schnell. So. Komm, mir mal ein Feld nacht, ja. Hui. Natürlich möchtest du es kaufen. Oh, Mann. Spam. Oh, ne 8. Oh, Mann. Doch. Sie können dieses Brot haben. Oh. Ich möchte würfeln. 6, das ist ein Feld. Oh, Bahnhof. Ich gehe die Bahnhof. Dankeschön. Nordbahnhof. Natürlich. Kautzun. Nee, Auktion, nicht Kautzun. 110. Oh, der nächste Bahnhof. Krieg dich. Dankeschön. Immer wieder gerne. Der Zug fährt gleich weiter. Und bis jetzt kein einziger ausgelassener Frame. Also das ist schon das echt stabil. Und ich habe bis jetzt fast, äh, ich habe jetzt 57 Megabyte seit dem Stream schon verbraucht. Oh, die Fahrt ist stabil. Also die Qualität auf Twitch kann man sich nicht beschweren. Natürlich möchte ich investieren. Schön, dass du für ein Zustauer live streamst. Ja, für dich. Nur exklusiv. Ja, obwohl ich ganz eine Pause habe. Äh, oh, dankeschön. Zweiter Preis. Ah, das ist, ah. Ja, erst, was ging ja nicht. Vielleicht. Äh, erst das Beste kriegst du, ne? Von hinten. Ha. 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 Okay. Ja. Alles klar. Wieso habe ich schon noch 600? Was ist mit dem Geld los? Äh. Wir kaufen die ganze Zeit. Oh, ich habe meine Spielfigurung irgendwo geschmissen. Da siehst du die Züge. Oh. Ich sehe die Züge die ganze Zeit, aber wie gesagt, bei mir sitzt du ganz normal. Guck, guck im Stream, dann siehst du es. Und eine 10. Oh. Kommst du auf ein Feld von mir, oder? Ne. Auf das. Na dann. Äh. Yay. Oh Mann. Alter. Ich habe eine 48 gewürfelt. Äh, ne, 38. Ne. Doch. Ich verfehle jetzt nochmal. Äh. 40. Da hat die Züge. Ja doch, ja, 38, ja. Stimmt schon. Züge mit die Swerken. Und eine 7. Was ist jetzt welches Feld? Ah, kaufen. Meins. Ich hasse dich. Oh. Sechs. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Warum? Ich hasse dich wirklich. Tja. Mal gucken, was noch so passiert. Eine 7. Oh. Das Problem, wenn man kann sein Enter drücken, dann weiß man nicht, wo man wirklich hinkommt. Ah, meins. Ja. Sie sollten bauen, ja. Geht ja auch voll, ne. Also. Das ist noch frei. Das ist noch frei. Das ist noch frei. Das ist noch frei. Oh, grün ist noch ein betreffender. Aber grün ist rotz. Braun ist rotz. Hast du schön geguckt. Ja. Einmal den Zuschauern gezeigt, die nicht vorhanden sind. Was? Doch, du bist ein Zuschauer. Was? Fenster schließen. Was? Das ist ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zuzulegen. Dankeschön. Oh Gott. Jetzt bin ich arm. Jetzt bin ich arm. Warst du auch schon vorher? Ja, das stimmt. New Arms Strong. Hahaha. Ach, toll. Mein Glückwunsch. Hey, ich kann mir nichts leisten. Oh. Ich kann mir auch nichts leisten. Hoffentlich kommst du jetzt auf Opernplatz an. Nee, genau auf Start. Ah, da wir klassisch spielen, gibt's kein doppeltes Geld. Ja, schade. Zahltag. Ja. Ich hab immer noch einen Zuschauer. Oh. Twitch. Gibt's money. Dankeschön. 12, 26. Nicht wenig. Ah, nochmal. Ich hab die Ehre. Gibt's nochmal Geld? Nee, doch nicht. Ah, wär's ne 4 gewesen? Ja. Na, mal gucken, was passiert. Geld, 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 Geld. Ah. Sei froh, dass du noch kein Haus hast. Und. Uff. Schwein gehabt. Genau dazwischen. Ja. Man kann nicht vorhersehen, was einem passieren wird. Ah. Ah, dankeschön. Danke für dein Geld. Ich weiß, dass sie ja zuschätzen. Das nehm ich mal zurück. Irgendwann. Sieben, äh. Ist das nicht ein Schu... Ja, das ist ein Feld, was ich schon hab. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Schön, dass oben immer Tipps stehen, weil was... Wie man... Äh, welche... Dings muss man kriegen sollte, für was? Das Halten von Enter während des Würfels... Schüttel, die Würfel stärker. Wahrscheinlich irgendwas so. 6. Was ist ein Schütteln? Cool. Also. Gedrückt halten. Ey, schon wieder Mieter. Irgendwann, die Javu, die Javu. So. Wow, sommer spielt Monster Hunter Rise mit 0 Zuschauern. Uff, ich weiß nicht, jetzt ist das angefangen. Ja, da ist angefangen. Eigentlich mal reingehen, erster. Ah, nee, jetzt noch einmal 128. Äh, das ist schon hier. Ja, so weiter anfängt, naja, es ist normal. Oh. 3. Schon wieder. Sogar mehr als vorher. Ja, 8. Weil mehr. Ich heiße, das spiel jetzt schon. Ich kann mal ein bisschen mehr passieren. Der Ölf, oh Gott, äh, ach nee. Ja. Was für ein Pech. Ich hab schon erst mal gesehen, dass da auch diese Nachrichten stehen. Mr. The Drangers hat die letzte Orange, die dir fehlt, um die Farbe zu vervollständigen. Na, dankeschön. Oh. Ach, ich komm dich nicht besuchen. Pff. Dein Besuch will ich auch gar nicht. Reize, äh, ne Elf gewürfelt wär's. Schöner gewesen. Ach, ich kann's mir leisten. Soll ich? Ja. Easy. Und erst mal. Was? Lass mal die Hypothek aufnehmen, was? Mann, wie ging es noch mal? Handel, bankrott. Meine Kunststärke. Okay. Okay. Du willst, du willst auf Geld bauen, ne? Damit erkaufen sie sich etwas Zeit. Ja, mach schon. Na, willst du auf den Bahnhof auch noch? Ne, Bahnhof ist cool. Entscheide dich. Also, wie geht das? Ja, du baust, juhu. End, bankrott. Ja, drück mal. Halt mal gedrückt. Drückst jetzt Shift oder nicht? Heiße. Ich bin mit dem ganzen Dingezieber überfordert. Steht doch unten. Irgendwas wie immer, was macht überall. Geh hier nochmal. Los, würfeln Sie. Du hast fertig alles Geld. Unwahrscheinlich. Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten Sie bauen. Erstmal Haus bauen. Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten Sie bauen. Erstmal Haus bauen, ja. Ich hab den Typen... Ich hab die hier manchmal gehört. Ich hör alles. Bam. Oh, statt ich treffe mich selber. Ich seh meinen Würfel nicht. Acht. Shit. Wohl. Das ist genau die, die du hast. Ne, die ich... Ja, die... Äh... Die ich hab. Dangerous, Mr. Tu. Ja. Ja, äh... Ich biete dir... die an... Und... Und... Äh... Ich will dafür... dass... Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Ist... Pass drauf, nicht nur Hypothek. Ne, ist in Ordnung. Sie sind am Zug. Jetzt eine Straße, auf der du keine Hypothek hast. Oh, ich hab eine Straße, die ich mir nicht leisten kann. Tja. Das Grundstück ist zu teuer. Ja, Auktion, ne? Anders geht's nicht. Ja, du hast ihn weg, der jetzt nicht. Ja. Ja, kacke gelaufen, ne? Ja, anders geht's nicht. Der Handel wird interessant. Na, dann, fang an. Äh... Ja. Ich hab jetzt schon. Ja, kannst du nicht anders machen, als ja, außer zurückziehen. Ja. Ich steuere einfach nur. Aber, okay, das sind die Standardregeln, ne? So, so wenig Geld. Hallo? Jetzt. Wie, hallo? Das ist das Mehrwert. Wird doch egal. Kannst du die Bibliothek drauf machen, das kriegst du jetzt zurück, glaube ich. Ja, pff. Was soll ich machen? Ey! Du brauchst nur 10 Beaten, ne? Und das war's. Ist schon Anfangszeit 10, deswegen mach ich einfach 1. Ja. Ey, es ist... Das ist schon ultra hart. Dann krieg man die ganzen Dinger ultra spottbillig. Muss jetzt auf jede Streife eine Auktion machen. Ich kann dir... Ich kann dir nichts bieten. Okay, jetzt kann ich mehr bieten. Noch 12. Kannst du das noch gebieten? Immerhin. Immerhin. Ich hab jetzt schon 2 GB verbraucht. Für... 17 Minuten. Krass. Wo stehst du denn nochmal? Dank Gott. Alt. Ich steh glaub... Bei... Ja, Geld. Also baue ich nicht. Und bringt ja nichts. Also ich würfel ne 2. Äh, ne 3. Knapp dran vorbei. Knapp dran vorbei ist auch vorbei. Ich weiß. Was? Knapp dran vorbei ist auch vorbei. Auch vorbei, ja. Stimmt schon. Knapp daneben ist auch vorbei. So geht's eigentlich. Knapp daneben ist auch vorbei. Knapp vorbei ist auch daneben. Eine 8. Ist das denn eine 8? Eine 8. Dankeschön. Mann. Tja. Du wolltest sie nicht haben. Selber schuld. Jetzt hast du 12, jetzt hast du 24, jetzt hast du 48. Verdoppel mein Geld. Immer. Die ganze Zeit. Ja, exponentielles Wachstum. Oh ja. Komm in die Gruppe und verdiene 10.000 Euro am Tag. Ja. Ist ja voll. Einfach nur umscheuert. Wer fällt darauf rein? Viele. Ja. Soll man irgendwo rein investieren mit 500 Euro? Und man kriegt garantiert so und so viel raus. Und dann, äh, ja. Das Geld sieht's nie wieder. Ich hab schon mal gesehen, weil ich weiß nicht mehr, wo das war. Da hieß es, äh, ihr mit meinem Kurs wirst du reich. Äh, und dann stand da, hat man den Kurs geöffnet. Und, äh, da stand da drinne, hi du Idiot, mach bitte einfach das gleiche wie ich. Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden, das Letzte. Einfach, das sag ich mal, was er macht. Kurs anbieten. Ach so. Wow. Ja. Am besten soll er doch mit Fake-Reviews und so alles, ja. Ach so, du bist dran. Ich werd noch dran. Ey, guck mal, 240 schon. Ich werd immer reicher. Oh, ich bin umgefallen. Oh. Hat's sich gelohnt. Ey, wenn sie schreibt, schreibt ihr keine Ahnung. Ne 6. Kannst du irgendwas denn nicht schreiben, aber du weißt ja, dass es überhaupt aktualisiert wird. Ja, hi. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Wer? Twitch Prime, was? Was? Kannst du auch bei mir ab Abonnent werden, ist auch in Ordnung. Würde ich auch akzeptieren. Jetzt muss ich nach links gucken. Drei Bildschirme. Da fängt's an und da hört's auf. Krass. Geiler Türo, dieser Türo. Wow. Und dann noch volle Kanne verschreiben. Das ist unglaublich. Hey, wie oft würfel ich denn noch eine 10? Ja, was sagt sie? Rück hervor bis zum nächsten Bahnhof. Der Eigentümer hätte die doppelte normalen Miete, wenn der Bahnhof noch nie mehr... Ja, gehört eh mir. Das ist meiner. Ach nee, das ist deiner. Hättest du mal eine Bibliothek auf dem Bahnhof gemacht? Ah. Achso, ich war dort. Ich dachte, der nächste Bahnhof wäre der Hauptbahnhof gewesen. Nee, Nord ist eins. Ah, Nord und Haupt. Zumindest, ach ja, schön. Kein Geld an die Gegner. Oh, ja. Auf geht's, Schiffi. Schwimm. Schwimm durch das Feld. Das machst du wunderschön. Ich find's cool animiert. Sagen wir's so. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Ach, Englisch. Ich hab's akustisch nicht verstanden, sagen wir's so. Hey. Du kommst sehr oft auf diese Straße. Solltest du mal Hotels bauen? Ja. Will ich die andere Karte auch mal hätte? Aber die hat keine Sau von uns. Jetzt baut er. Jetzt baut er der Typ hoch. Da hast du auch schon einen Hauskantwitz bekommen. Ja. Siehst du mal. Na, willst du noch ein Haus bauen? Nee. Würfel nochmal. Achso, du bist. Und ne sechs. Okay. Du magst die sechs anscheinend. Ah. Wo noch ein Haus. Na? Machst du oder machst du nicht? Möge der beste Investor gewinnen. Ah. Äh. Das da. Sind wir bei? Okay. Äh. Schön. Einfach nur. Eins mehr. Ah. Dillim, 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 dillim. Sie sind dran. Sie sind dran. Immer bin ich dran. Äh. Ah. Tja. Deine Hypothek hat eben. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Hier kann nichts passieren. Schade, dass hier drauf absolut nicht wirklich nichts passiert. Man kriegt nicht mal irgendwas. Das Feld ist so sinnfrei. Ach nein. Wieso komme ich hier auf dieses Kackfeld? Alter. 330, ey. Leg mir am Arsch. Äh. Kann ich? Da. Ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. so, bitteschön. Arschkeks. Ja. Achso. Ich muss ja noch beenden. Sorry. Äh. Schön, dass man die Zahlen teilweise nicht sehen kann. Ja. Wie will ich denn so Dreiwürfel, ey? Ich geb' ich auf. Ich dachte schon, ich krieg ne Drei. Äh. Sie können das Grundstück nicht kaufen. Gibt es eine andere Möglichkeit, es zu erhalten? Ja. Was soll ich sonst machen, ne? Es gibt einen Sieger. Darfst du ruhig auch mit mir reden, ne? Jerome? Hallo? Hallo, 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 hallo. Ja, mein Mikrofon, ach so, das war leer. Pfff. Wow. Na gut, dass du drauf nicht, Boutique hast. Ja. Ja, ja, bänden ist in Ordnung. Ihr Zug beginnt jetzt. Schönes Geräusch. Das war wunderschön. Ach, nee. Hast du eine neue Straße bekommen? Ah, ja, stimmt, ich hab' ich grün bekommen. Ja. Das hast du. Grün habe ich noch und halt, Elektrizitätswerk, hallo. Ich will, dass ich nur zurückdrücken kann. Jetzt geh' ich da nochmal hin. Obwohl es direkt zwischen meines behalte ich. Tu dies. Sehr. Jetzt bist du mir gerade schon wieder anal. Wer? Was? Ey, das Land ist hinter mir. Okay. Hast doch vorhin irgendwas schon gesagt wegen irgendwas. Nein, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Nein. Die mit Tief nicht. Lieber nicht. Vor du da, ich dann wieder auf gelb komme. Aber vorher kann ich auch noch auf braun kommen. Können vor allem. Unwahrscheinlich, aber siehst du. Vielleicht komm ich ja auf blau. Schon wieder. Alter. Schon das vierte Mal. Das ist meine Haupteinnahmequelle. Du hättest Millionär werden können. Hätt' ich für jede 6 1 Dollar bekommen, dann wär' ich jetzt 4 Dollar reicher. Nee. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Jedes Mal, dass du auf diese 6 Dollar da bekommen hast, bin ich hier nochmal um 4 Dollar reicher. Sind aber nur 3,38 Dollar reicher. Äh, okay. Geben Sie nicht auf. Oh. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Du willst, ja. Das ist das Problem, aber mir ging... Demian Level folgt mir jetzt so. Hi. Danke, danke für den Vorlauf. Musst du meine Dinger mal wieder einschalten. Meine, meine... Was? Was für Dinger denn? Äh, die Benachrichtigung. Also hier, dieses... Ach, wie heißen die Dinger? Das... Das will mir jemand folgen, so alles. Diese Benachrichtigung. Hat eben. Benachrichtigung. Warum immer dieses Feld? Alter. Ah. Sie müssen Miete zahlen. Das ist meins. Ach, leg mich doch im Arsch, ey. Nee. Äh, ich wüsste... Hier, bitteschön. Hey. Immer das Feld. Immer rum, immer das. Das ist aber das höchste, glaube ich. Nein, das ist das letzte. Das ist das letzte immer davon. Wir sind alle auf der gleichen... Auf der gleichen Stufe. Oh. Nein, ich hätte Aktion machen sollen. Das ist selber schuld. Wer ist das für 16 bekommen, ey? Oder 15, ja. Selber schuld. Ah. Das ist einfach so unfair, ne? Das ist einfach so fucking unfair. Das Spiel ist halt scheiße. Ja. Das machst du mal jetzt, danke. Da, bitteschön. Das ist einfach... 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 Einfach nur Kacke. Handel. Wie lautet ihr Angebot? Was willst du denn jetzt? Hm. Ich gebe dir die... Ich gebe dir die... Ich gebe dir die... Wie mache ich das? Shift an drücken. Hä? Ah. Shift ist rechts und steuerung ist links. Ich bin doch direkt da. Und die... Und die. Da liegt noch ein bisschen Geld drauf, ne? Das ist ein bisschen vom Wert her... Was möchten Sie handeln? Ah. Rücktausch. Ah. Ja, ja, jetzt muss ich noch mal neu zahlen. Scheiß Hypotheke, ey. Hatte ich auch lieb. Aha. Ja, was ich jetzt eigentlich machen könnte, wäre... Die rote enthypothek... Hypothekisieren oder wieher muss man sagen. Hypothekisieren oder wieher muss man sagen. Hypothekisieren oder wieher muss man sagen. Hypothekisieren. Hypothekisieren. Na? Baust du? Baust du nicht? Baust du. Okay. Ich werde das Match eh verlieren. Das sehe ich jetzt schon. Komm nicht so oft wie ich auf diese scheiß Gelbe da mal komme. Und das ist immer eine sieben. Ich habe schon Angst, dass es nur drei wird. Ich hätte es durch die Garde sein. Es tut mir leid. Einfach vor dir, die alle grünen Häuser wegbauen, dass du einfach gar nichts bauen kannst. Ja, ist natürlich möglich. Ja, cool. Krieg Geld. Da sind... Oh, Geld gemacht. Nö, nochmal hier weiter. Äh. Das ist ein bisschen Bankerrott. Ja, aber ein schnelles Match, was dann nur zwei und drei Minuten geht. Ja, passiert. Ich soll eh nur einen Test streamen, also von daher. Das ist lol. Ich liebe es. Äh. Ja. Da, bezeugt. Das ist orange. Ich weiß. Oder auch da ist man von... Äh. Erstmal entdiensten. Hypo... Was? Anthypothekisier... Hypothek auflösen. So, machen wir es einfach so. Punkt. Hypothek bezahlen. Irgendwie sowas. Hypothekisier... Oh, schön. Nö, die Besuch. Gehst du ins Gefängnis? Ey, du bist bei nicht auf mein Feld gekommen. Ey, stimmt. Cool. Aber da fährt's auf orange. Na. Sag ich ja. Kommst du auf dein Feld? Nee, doch nicht. Oh. Wie schlimm sitzt du halt im Knast und du gehst auf meine Felder. Trotzdem. Tja. Was im Gefängnis habe ich nicht ausbauen? Ach, nicht. Ja, ich wollte schon sagen. Äh. Damit erkaufen sie sich etwas Zeit. Gut gemacht. Ei, 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 ei. Oh, ne, ne, ne. Kommst du versuchen? Nein, hätte ich ne 10 Würfeln müssen. Bei meinem Glück weiß ich jetzt schon. Nö. Tja. Das war's nicht. Ich will drinnen bleiben. Immer ein bisschen sitze ich das Grundstück. Da kommt es gleich auf rot oder auf das andere? Muss doch nicht sein. Oder auf Bahnhof. Der hat auch mir gehört. Nee. Doch, nee. Bahnhof wäre, das kriegst du übel von allen. Ah, der war zwischen. Ich schwenke ab. Ich gehe fort zum Ob. Ah. Hi. Ich komme nicht mehr besuchen. Äh. Oh, nicht die Seife fallen lassen. Wie soll ich? Sie sind am Zug. Und eine Sieben. Und. Ja, jetzt musst du bezahlen. Ja, natürlich kommst du genau dazwischen. Geh ins Gefängnis. Oh nein. Das wäre mies. Aber das kann passieren, glaube ich. Oh, ich habe ja sogar noch eins. Ja. Mitbekommen. Nö. Die hast du noch von 15 Dinger bekommen. Was? Sag mal nicht, was ich gerade bestanden habe. Was auch immer du verstanden hast. Hey, guck mal, ich mach dich nach. Wenn ich sage, wird auf Deutsch gebannt. Nee, du wirst auf Deutsch gebannt. Ach. Nur wegen einem Wort. Kannst du auch Schwanz sagen, dick. Oder weiß ich nie was. Du hast doch eben gesagt, du hast doch für diese 15 Dinger bekommen. Ja, 15 Dinger. Ja, und ich habe sie bekommen wie den 15 Negern. Ich habe nicht mal gewusst, dass ich gerade dran war. Ah, danke für die 70. Das künstliches Verkauf, du musst 70. Ja. Hä? Mit mir können Wasserwerk und Stromwerk. Ach so, ich habe gar nicht gecheckt, was los ist. Was? So, dass du auf das nächste Werk fällst und dann nochmal wirst. Würfeln, sehen wir, was die Zukunft bringt. Eine 4, yay. Ach so, ich vergesse hinterher zu drücken. Tut mir leid. Tja, ich sag gerade, dass ich bin, muss brechen, ob es ein Pasch ist oder nicht. Ist das jetzt ein Pasch? Ich bin mir nicht sicher. Ah, danke schön. Hey, guck mal, ich bin reicher als du mal wieder. Äh, aber nicht mehr lange wahrscheinlich. Okay, das ist sie nochmal in Fall. Oh, Mensch. Wir können die Orangen schon. Jetzt habe ich nur Angst um den nächsten Wurf. Oh Gott. Das könnte mich so... Ich muss nochmal loskommen. Ja, du kommst genau auf. Oh Gott. Ich habe Angst. Ah. Richtig hart Angst. Machen wir da noch aus. Ja, und auf das andere auch noch. Ja, schon kann ich auch noch. Ne. Doch. Machen wir nicht. Lass mich bitte auf Museumsstraße kommen. Oder Ereignisfeld. Ah. Manchmal was. Genau da ist aufs Gebauter. Schlaue Investoren geben niemals auf. Ne. Ölf. Gibt es auf dein Werk? Ne. Glück, was sie daran gemacht haben. Deins. Ja, aber ich mache jetzt bei jedem, wo ich vorbeikomme, musst du hier den Trick rausmachen. Ah. Okay. Nein. Doch. Huh. Schwein gehabt. Dass ich 800 Euro zahlen darf. Moneten. Ja, ich will. Hallo. Ich drücke entfernen. Darf ich nicht aufgeben? Hallo? Ja. Pff. Ich hätte alles verkaufen müssen. 6-3 Minuten. Ah. Immerhin. Okay. Ich habe irgendwelche Medaillen bekommen. Ne, doch nicht. Ah doch. Silbermedaille. Proxmedaille. Äh. Keine Ahnung, wozu man die Medaillen braucht, aber... Ich will für eine Spielfigur haben, ja. Schön, dass man dafür eine Goldmedaille kriegt, wenn man hundertmal die umgeworfen hat. Aber okay, dann war es das jetzt mit dem Test-Stream und die Aufnahme kommt eh auf YouTube, also... Also... Ich will meine Medaille, ja. Willst du noch irgendwas sagen? Chirio, was heißt das? Chirio, was heißt das? Auf... Keine Ahnung. Irgendwann habe ich es eingeführt und von daher... Chirio. Chirio. Ich muss noch auf Street Band drücken. Ich muss dafür noch eine Taste einfügen. Das ist unglaublich. Ich muss nachdenken. Be technology-bδiele glue писieren. Ich muss nachdenken. Ich muss... Wirklich-ื areriert. Vielen Dank.